Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play von Happy Wheels. Und ja... Warte... Erfassen, aufgenommen, stoppen, aha, okay. Okay. Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Hier, komm schon. Hallo. Also in der Zeitreise der Partys der Ritter... Ich hab's mal geschafft, die so schön ich hab... Ja, toll, wegen so nem komischen Glas verlierst du deine Beine. Witzer. Günther. Ich nenn ihn Roller. Der sieht aus wie ein Polizist, also... Polizisti. Ich nenn alles mit I, weil es sich süßer anhört. Endlich! Ja, dummer Knopf. Komm, schick mich in die Scheißzeit, dass ich sterben kann. Juhu. Endlich. Was ist da los? Jetzt... Ach ja, jetzt hab ich das als Kampfmittel, oder was? Im Feuer war's nicht so. Jetzt... Nein! Ich muss nicht schwimmen von meinem Roller und Bein drinnen. Scheiße. Dummes... Okay. Ich mach hier schnell einen Schnitt. Und dann geht's weiter. Man merkt, dass ich jetzt ohne Baumstamm hergekommen bin. Also, äh...